Ja, es ist kaum zu glauben, die Reise des 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal geht tatsächlich weiter. Dank eines Siegs im Viertelfinal des DFB-Pokals mit 2 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach vor 16.000 Zuschauern. Wir gucken auf diesen magischen Abend mit den beiden Trainern, Gerardo Seohane, herzlich willkommen. Und mit unserem Trainer, Manager Rüdiger Zielt, servus. Traditionell hat der Gast das erste Wort für die Analyse. Bitteschön. Ja, Gratulation an meinen Kollegen und dem FC Saarbrücken für das Weiterkommen. Natürlich für uns ein gebrauchter Abend. Wir sind enttäuscht über das Resultat und das Ausscheiden. Ich glaube, zur Analyse des Spiels in wenigen Worten, erste Halbzeit mit genügend Situationen, um das eine oder andere vielleicht mehr rauszuholen. In der zweiten Halbzeit eher ein bisschen mit mehr Schwierigkeiten durch den tiefen Block des Gegners. Wenig Räume gefunden, wenig Lösungen. Auch nicht mehr die Durchschlagskraft. Insgesamt ineffizient im Abschluss. Und auf diese zwei, drei Umschaltsituationen, falsche Entscheidungen getroffen, zu früh rausgesprungen und den Raum geöffnet. Ja, und natürlich so kurz vor Schluss dann natürlich noch ein harter Schlag, um dann auch noch Möglichkeiten zu reagieren, war dann verständlicherweise auch schwierig. Ja, Gratulation nochmal und alles Gute. Ja, vielen Dank. Rüdiger, kann man nach drei Siegen gegen Bundesligisten wie Bayern, Frankfurt und Gladbach noch von einem Wunder reden oder ist das auch Qualität? Ja, erstmal schönen guten Abend. Danke für die Glückwünsche. Es ist ein Wunder, aber auch ein bisschen Qualität. Definitiv, klar, dann am Ende nochmal zuschlagen zu können. Ich glaube, Analyse des Spiels, erste Halbzeit ganz, ganz wild von unserer Seite, wo wir irgendwie Fußball spielen wollten, vorne attackiert haben, ein Konter reingelaufen sind, ein Glück hatten, dass wir sehr schnell nach dem 0-1 noch einen Ausgleich gemacht haben. Waren auch Momente, die gut waren, keine Frage, aber es war einfach sehr, sehr wild. Wir haben attackiert, waren immer einen Schritt zu spät, wo wir dem Gegner einfach Räume gegeben haben, dann von der Mittellinie auf unsere Kette zuzulaufen. Es sah manchmal so aus, als ob wir dominant spielen wollen und Gladbach uns auskontert, wo wir wirklich großes Glück hatten, dass wir nicht mit dem Rückstand in die Pause gehen. Und klare Vorgabe war dann, in der zweiten Halbzeit zu 0 zu spielen, wirklich tief zu stehen, Räume eng zu machen. Das hat die Mannschaft dann hervorragend gemacht. Ich glaube, keine richtige Torchance, keine klare Tormöglichkeit zugelassen. Auf der Gegenseite dann auch ganz, ganz wenig Entlastung gehabt. Ich glaube, vor dem 2-1 war nochmal eine Aktion vielleicht, wo wir in den 16er kommen, wo wir einen Standard haben. Aber ansonsten wirklich mussten wir viel leiden, mussten viel verteidigen. Und am Ende war die Situation zum 2-1 dann krass. Nicht hervorzusehen, dass wir dann diesen Konter fahren. Klar, mit Fabio de Miquelis-Sanchez wollten wir Tempo auf der Seite haben. Aber dass dann noch drei Spieler im 16er mitlaufen, in der Nachspielzeit, glaube ich, herausragend. Kein Brünker war stehend K.O. und ist da im 16er noch, trifft ihn so sauber. Das ist unglaublich, unfassbar. Umso schöner, dass wir das geschafft haben. Und ich glaube, unbeschreibliche Reise, die jetzt weitergeht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an beide Trainer für diese erste Einschätzung. Kommen wir gerne zu den Fragen. Wir hätten hier ein Mikro, Alisha, würde das gerne rumreichen, weil viele neue Gesichter da sind. Bitte kurz Namen und Medium nennen vorher und dann die Frage stellen, bitte. Dominik Rossi, Forum, das Wochenmagazin. Eine Frage geht an Rüdiger Ziel. Schlüssel zum Stabilerstehen war, dass ihr Honorat die Tiefe dann genommen habt. Und hast du die Jungs da ein bisschen mit ins Boot genommen, dass die sich selbst zurückgezogen haben? Oder war das dann schon auch klare Regieanweisung? Wer mich in der ersten Halbzeit draußen gesehen hat, ich wollte das in der ersten Halbzeit schon lautstark korrigieren. Ich habe jetzt nicht so richtig Gehör gefunden in der ersten Halbzeit schon, weil die Mannschaft einfach so gepusht war, so voller Adrenalin. Die wollte nach vorne und wollte aktiv sein, war aber total kontraproduktiv. Und war klare Ansage dann, wir müssen einfach eigene Hälfte verteidigen. Wir müssen einfach den Raum hinter der Kette enger halten, dass wir nicht so ins offene Messer laufen. Deswegen war im Grunde schon der Versuch, erste Halbzeit da einzuschreiten. Aber ist mir da zu dem Zeitpunkt noch nicht gelungen. Andreas Ahrens vom Trierischen Volksfreund. Ich hätte eine Frage an den Herrn Seohane. Herr Seohane, inwiefern haben die Platzverhältnisse, die immer schwieriger wurden in der zweiten Halbzeit, den Auftritt für sie auch erschwert? Ich glaube, das sollte jetzt nicht das Thema sein, obwohl das auch immer am liebsten ist. Der Trier war für beide Teams gleich. Am Anfang besser bespielbar, immer schwieriger zu bespielen, aber für beide Mannschaften die gleiche Situation. Timo Müller vom Kicker, auch eine Frage an Herrn Seohane. Der Kollege sagt gerade, der Konter war gar nicht vorhersehbar für ihn. Hätte Ihre Mannschaft aber nicht vorbereitet sein müssen, gerade in dieser Phase, ganz kurz vor Schluss, dass genau das nicht passieren darf und man im Zweifel eben versucht, in die Verlängerung zu gehen? Ich glaube, wir haben über das ganze Spiel hinweg sehr gut die Restverteidigung organisiert gehabt, auch immer sehr gut umgeschaltet in der Situation nach einem Fehlpass. Springen wir ein bisschen zu fest auf den Ball und natürlich auch eine Energieleistung von den Saarbrückenspielern, dass sie da nochmal die Energie aufgebracht haben, um in diesen Lauf zu gehen. Ich muss noch dazu sagen, wir waren dann 5 gegen 4 im Verteidigen. Also es ist nicht so, dass sie 3 gegen 1 gelaufen sind, sondern es waren dann 4 gegen 5 von uns, immer noch genügend Spieler von uns und wir verteidigen das einfach nicht gut genug. Christian Hornung von Bild. Dass Ihre Mannschaft in der zweiten Halbzeit, als Saarbrücken sehr tief stand, fast gar keine Lösungen mehr gefunden hat, ist das eine Frage der fehlenden Qualität oder sind Sie auch enttäuscht von sich selbst, dass Ihre Mannschaft da so wenig Ideen hatte, wie man das lösen kann? Natürlich enttäuscht sind wir alle. Wir gehören ja alle, wir sind alle im gleichen Boot. Wir waren einfach nicht sauber genug, weder in den 1-1, 2-1 Situationen, die Steckbässe immer ein bisschen zu weit, einige Bälle, die über die Linie gehen, in so engen Räumen, ja, musst du sehr genau spielen, magst nicht viel leiden und wenn der Platz dann erschwerter ist, sage ich mal, und der Gegner cleverer und tiefer verteidigt, wird es dann immer schwieriger. Abschlüsse aus der zweiten Reihe waren auch zu ungenau, also, und auf die Standardsituationen haben wir das heute nicht, so wie vielleicht zuletzt fertig gebracht, diese neun oder zehn Eckbälle wenigstens einmal gut zu verwerten. Jimmy Booth, saarländischer Rundfunk, Saatex, Frage an Herrn Ziel. Die nächste Runde steht jetzt schon in drei Wochen an. Es wird ein ganz anderer Gegner kommen, als jetzt die letzten Runden der FCK, der in der zweiten Liga gegen den Abstieg kämpft, schon den dritten Trainer diese Saison hat. Was erwarten Sie von dem Gegner? Dass Sie hierher kommen, das Spiel gewinnen wollen. Wir sind ein Zweitligist, kommt hierher, die wollen das Spiel gewinnen. Und wir müssen wieder gucken, dass wir einen Plan dagegen haben, gut verteidigen und ja, alles in die Waagschale werfen, gegen den Zweitligist zu gewinnen. Joachim Gauer, Radio Saarwelle, Frage an den Trainer. Man hat doch gemerkt, gegen Ende der zweiten Halbzeit, die Mannschaft, gerade unsere Mannschaft FC Saarbrücken, war doch schon ziemlich geschlauert. war dieser Siegtreffer dann eine Erlösung bezüglich, man stand ja kurz vor der Verlängerung, hätte die Mannschaft das dann noch gepackt? Verlängerung? Ich war überzeugt, dass wir es weiter gut verteidigen können. Ich glaube, so wie die zweite Halbzeit war, wirklich, ich kann mich jetzt nicht an eine Tormöglichkeit erinnern, wo unser Torwart extrem eingreifen musste. Also war, die Hoffnung war da, dass wir das auch in der Verlängerung dann gut verteidigen. Denn es war selbst für mich auch, ja, ab der 80. ja, nicht wirklich vorhersehbar, dass wir da noch eine Konter setzen. Muss man ehrlich zugeben, dass wir da wenig Entlastung hatten. Aber das war, dass wir über 120 Minuten weiter verteidigen konnten, war die Überzeugung definitiv da. Und dann, ja, die Hoffnung, dass wir uns ins Elfmeterschießen retten. Zum Glück haben wir uns das erspart. Thomas Kruhlke, Rheinische Post, Herr Seohane, Sie haben es in der zweiten Halbzeit zweimal mit einem Doppelwechsel versucht. Was waren da Ihre Gedankengänge? War beim ersten Ihnen das Risiko zu groß, vielleicht in Robin Hack einen der abschlussstärkeren Spieler noch mit auf dem Feld zu lassen und trotzdem Nathen Gumu noch dazu zu packen? Und beim zweiten Wechsel hatte das auch mit Nico Elwedi zu tun? War er irgendwie angeschlagen? Das waren irgendwo 1-1-Wechsel. Bei Robin Hack hatte ich das Gefühl, dass er vor allem in der zweiten Halbzeit ein bisschen einen Zug verloren hatte Richtung Tor. Und bei Rocco eine ähnliche Situation. Ich finde, beide haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Und mit Nathan und mit Manu auch noch zwei Spiele, die auch zuletzt gezeigt haben, wie viel Qualität sie haben. und dann mit dem zweiten Doppelwechsel die Idee von einem doppelbesetzten Flügel zu haben, um eventuell in eine 2-gegen-1-Situation zu kommen, um vielleicht mehr Lösungen halt überflanken. Andreas Arz, Lokalradio Mönchengladbach, Radio 90.1, Herr Silwane. Es war ja keine Überraschung, dass sich Saarbrücken gerade in der zweiten Halbzeit ziemlich viel hinten reinstellt. Trotzdem hat Ihre Mannschaft ja nicht eine einzige vernünftige Torchance in der zweiten Halbzeit gehabt. Sind Sie da ein bisschen erschrocken auch tatsächlich, wie wenig Durchschlagskraft die Mannschaft da entwickelt hat? Und kann man davon sprechen, dass es erst mal so der Tiefschlag ist, seitdem Sie jetzt hier weil wir passiert sind? Gefühlt habe ich jetzt die letzten vier Fragen in die ähnliche Richtung beantwortet. Enge Räume, erschwerte Bedingungen, Ungenauigkeit von uns, immer ein Bein dazwischen. Wenn eine Mannschaft mit 5-4-1 im letzten Drittel verteidigt, ist es für alle schwierig. Da braucht es eine extrem schnelle Ballzirkulation von einer Seite auf die andere, die offensichtlich heute uns nicht gelungen ist oder auch erschwert möglich war, dann auch in den Duellen 1 gegen 1 nicht vorbeigekommen sind und bei den Abschlüssen immer ein Bein dazwischen hatten. Und ja, wir sind alle enttäuscht, ganz klar. Nicht die erste Enttäuschung in diesem Jahr, aber eine, die natürlich ein bisschen mehr schmerzt, weil du dich von einem Wettbewerb ganz verabschiedest. Ja, Sie haben es gerade gesagt, der Pokal ist jetzt vorbei. Das war eigentlich eine Riesenchance, aus dieser Saison noch eine Top-Saison zu machen. Was erwarten Sie jetzt von Ihren Spielern? Man könnte ja oberflächlich betrachtet sagen, dass nach oben wahrscheinlich Richtung Europa nichts mehr geht und absteigen werden sie auch nicht. Was wollen Sie von Ihren Spielern jetzt sehen? Ich glaube, das ist nicht der Moment, um solche Aussagen zu machen von unserer Seite. Jetzt gilt es, das zu verarbeiten, in sich zu kehren, Energie zurückzubekommen. Wir haben jetzt drei Tage Zeit im Hinblick auf das nächste Spiel, aber in dem Moment von der Enttäuschung, wo auch Emotionen da sind, sollte man eher ein bisschen mehr Ruhe walten lassen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Spieler heute von Anfang an bereit waren, dass sie alles gegeben haben. Nochmal, dass die Bedingungen nicht ganz einfach waren. Ich glaube, das ist allen klar. Jetzt gilt es, neuen Fokus zu setzen, ab morgen, übermorgen für das Spiel gegen Heidner. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort zu später Stunde. Herzlichen Dank, dass Sie sich noch hier den Fragen gestellt haben. Rüdiger, du auch. Klappere, alles Gute für den Rest der Saison. Ihnen noch einen angenehmen Abend hier oder Nacht bei uns im Ludwigspark. Wir sehen uns demnächst wieder. Vielen herzlichen Dank und Tschüss.